Die Kordelschwester Claire ist ein Symbol des Gelübdes, durch das du dich verpflichtet hast, unserer Sache zu dienen. Als du zu uns kamst, hast du versprochen zu gehorchen. Untertitelung des ZDF, 2020 Hey, Sie interessieren sich wohl sehr für das andere Geschlecht, hm? Na ja, mit feinen Unterschieden. Musik Sagen Sie, Mr. Cooper Smith, haben Sie eigentlich den Mann gefunden, den Sie damals suchten? Ja, bedauerlicherweise. Wir mussten allerdings nach ihm fischen. In der Themse. Wie schrecklich. Das Leben als Polizist muss deprimierend sein. Ja, besonders für Nichtschwimmer. Wie schrecklich. 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 Vielen Dank.